Let's destroy her. Entschuldigen Sie bitte, Sir, Ma'am. I wasn't ready for that. Ach, warum haben wir alle Kokomi im Team? Man, die nervt. Also, I love Kokomi, aber im Kartenspiel gegen sie zu spielen? Nervt. Let's destroy that woman real quick. It is as the stars foretold. Och, schlecht gewürfelt. Ein doppelter Zhang, der neunte? Was macht denn der? Dang. Tada, Klee is here. Null Schaden gemacht. Nice. Damn. Ey, und sie hat immer noch ein Zwei-Punkte-Schild? Hm? Habe ich irgendwas verpasst? Oh, sie hat einen Lotus eingesetzt. Damn, das habe ich echt nicht gesehen. Sie hat einen Lotus eingesetzt. Shit. Okay, das war pretty stupid. Okay, das war pretty stupid. Also, ob sie genau wüsste, was ich vorhabe. I won't play your game. Die Karte ist ja mal mega nervig. Vor allem, wenn man sie zweimal hat. Aber es geht nur einmal pro Runde. Also, es ist egal, ob sie sie zweimal hat. Oder auch nicht. Ja, genau. Ich bin egal. Du hast GIRL chat vorbefeife. Hast du eine, wie du cloud macht heute? Oh. Là, was ganz pega? Also, ich darfst. Ist das für die Nightkeln? Wieso macht sie nur Standardangriffe? Tu mal was anderes, woman. Goddammit, woman. Tadda, Klee is here. Klee is here. Oh nein, die wird jetzt einfach die Feuerreaktion auflösen, ich bin so dumm. Genau deswegen mag ich Kokomi nicht. Als Gegner. Hm, oder auch nicht. Ja. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Hey, not fair. Heh. And she did it. I hate her for that. Was? How the hell macht das nur 5 Schaden? Damn. Ach, die Karte wurde gar nicht... Ach so, das wurde nicht ausgelöst. Oh. Well, that's an oopsie. Oop. Yikes. Right about that, woman. Noch ein größerer Yikes, wenn ich dich jetzt One-Shotte. Sei mir nicht böse, Baby-Girl. Aber das ist zu deinem eigenen Besten. Und die hat halt legit nur Standardangriffe gemacht. Tada. Queen is here. Wenn die richtig gespielt hätte, hätte ich Save verdienen können. Dunkey, 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 hilf! I'll be in my... Box. Kirara auf Nett. Nice. Hold on a second, was ist sie denn dann bitte, wenn sie kein Human ist? Oh, hier bin ich ja nicht. Oh, hier bin ich ja nicht. Cool. Just let me get my Cardbox. I've got it all organized. Katze? Brother, das ist keine Katze. Hä? Moment. Achso, jetzt hab ich das gleiche Duell nochmal gestartet. Moment, das war das Falsche. Ah, das ist doch bescheuert, dass du extra aus dieser Tafel gehen musst. Das ist doch wirklich so dumm. Sie ist halt literally 2% Katze. Oder sagen wir 5. Und 95% Mensch. That doesn't even make sense. Das ist so exciting not knowing which card you'll draw next. Let's hurry up and get started. Sie ist NPC Bait. Sie hat eine Arie als NPC Bait, als NPC Bezeichnet. Auch wenn sie eine Kat-Gurl. Was Kat-Gurl, sie truly ist. Es ist so, wie die Stars foretold. Die haben einfach zu viele neue Karten released. Ich kenn die alle gar nicht mehr. Ich beende meinen Zug. Yogi. Ich werde dich Dreck fressen lassen. Genau wie dein Großvater. Hater. Hey, come on, man. I'm just cosplaying some Kaiba. Okay. This is destiny. This is destiny. Let me scroll. Click and help. Junge, der Schild ist so freaking nervig. Hmm. Schlechter Würfel hätte man auch nicht können. Danke dafür, Gain. Äh. Nice, ich hab die Waffe umsonst gelöscht. RIP. RIP. Rest and rebuild. Hmm. Just sharpen my spear. Hmm. Also was auch immer sie da spielt, ist es extrem langweilig, weil sie baut einfach nur Schilde auf und heilt sich ein bisschen. Und das zieht das Duell ganz schön in die Länge. Und ich würfel halt so schlecht, Mann. Oh Gott. Oh. Oh. Missed. Tschüss Kokomi, du hörst jetzt auf hier Leute zu heilen. Schnauze voll von deiner Heilung. Eidei, money, eidei. Du heisst hier niemanden mehr, woman. Uff. Als ob sie halt genau weiß, was ich auf der Hand hab. Gut, these are the Toadsen. Later, big dog. Later. Oh. This is not looking good. Oh. Aber ist das nicht eh schon? Alter, 10 damage. Wollte schon sagen, müsste doch eh reichen. Nice. Oh ja, das hat ganz schön lange gedauert. Musste man durch einige Schilde und ein bisschen Heilung bürnen. Aber was tut man nicht alles, um Kirawa zu töten. Uh. My brain feels all tangled up like a ball of yarn. I didn't even know what cards to play. Du hast ja auch gegen den König der Karten gespielt. very gut. . . . Bis zum nächsten Mal.